Moin moin Freunde des guten Geschmacks, es geht weiter mit der nächsten Review hier im Nerd Check, nämlich zu Abgerissen. Ob der mich auch wirklich abgerissen hat, das erfahrt ihr nämlich jetzt hier in der Review. Abgerissen ist eine russische Produktion, die, wie er scheint zu sehen, heißt ja Abgerissen. Wir sehen hier eine Gondel, wo man natürlich mit einem Lift zum Berghof fahren will und es geht natürlich um eine typische, normale, klischeehafte Thriller. Eine Partygruppe, möchte Spaß haben, geht nicht ins Hotel irgendwie feiern, sondern möchte da irgendwie nochmal auf dem Berghof fahren und ein bisschen Party machen und bleibt dann da sitzen. Merkt ihr schon, ist es nicht eine weltbewegende Story. Ansonsten muss man einfach mal wieder Cape Eye sagen, erstmal wie gesagt, auch Dankeschön wieder an dieses Presidus-Muster, was ich von euch bekommen habe. Dass ihr, wenn ihr Emerays macht, nicht so wie andere solide halt normale Emerays habt. Ihr habt natürlich noch einen schönen, ja so einen Schuber, würde ich mal jetzt so sagen, ist das Jammer. Und der ist mal so schön hochglanzmäßig, effektmäßig geil drauf. FSK 16 ist dieser Film und hier steht ein klaustrophobischer Survival-Thriller, für den man auf jeden Fall schwindelfrei sein sollte. Kino.de sagt das. Kann ich so ein bisschen nicht so widerlegen, da bin ich immer ein bisschen, der im Abstand nimmt auf jeden Fall. Aber Regie hat ja hier Tigran Shirkian gemacht und dieser Film geht eine Stunde und 20 Minuten, wird erscheinen. 29.11.2019, habe ich ja schon gesagt, FSK 16. Die anderen Schauspieler sind wohl im russischen Bereich vielleicht bekannter, ich kenne sie jetzt natürlich nicht. Aber ich gebe ja wirklich jedem Film eine Chance und ich finde das ja ganz gut, dass Cape Light auch auf jeden Fall russische Produktion, italienische Produktion, natürlich auch amerikanische, alles mögliche Programm nimmt, was wirklich vielleicht auch Spaß machen könnte. Hat auch anfangs so ein bisschen, war es interessant, aber manchmal sind da so, aber was ich gut fand, so die Idee, okay. Die Idee, es ist ein netter Thriller, so eine Art. Ich habe auch so gedacht, okay, nicht so lange Laufzeit. Kann man kurzweilig sich mal anschauen. Von der Idee her gab es schon mal sowas in der Art. Ich weiß noch nicht, wie der Film noch hieß, da waren sie dann halt oben in so einem Skilift. Waren sie auch gefangen, der ist dann stehen geblieben und unten waren nur Wölfe und sie wurden dann, wie das dann ist, sie waren abgestürzt, gerissen, äh, wurden von den Wölfen gerissen. Und hier ist es ja nichts anderes, ne, abgerissen, ist auch so die Stunden vergehen und es ist ja... Das Problem ist einfach an diesem Film teilweise, wie sich dann halt nach dem Skript die ganzen Charaktere ein bisschen dümmlich anstellen. Das hat mir einfach nicht Spaß gemacht. Hat mir nur sich einfach so gedacht, oh, Alter, was macht ihr denn da eine Art? Vielleicht nur aus den russischen Produktionsfilmen, wo man sagt, das ist wie beim Deutschen, wo man sich manchmal im Kopf schlägt. Aber so die Kamera, das Bild war wirklich gut gewesen. Das hat mich überrascht. Ähm, man merkt so, dass auch die anderen Länder so auf Fahrt nehmen und auch daraus gelernt haben und ein bisschen Richtung Hollywood gehen möchten. Und, ähm, das kann man einfach sagen, dass wieder Cap Light im Bild und Ton, würde ich, hier abgeliefert hat. Extras haben wir jetzt hier auch nicht ganz viele drauf. Ähm, ich glaube, ich habe es auch gar nicht... Ich bin ja auch nicht immer so der... Ich gucke Extras, wenn mich das interessiert, aber jetzt hier habe ich das gar nicht geschaut, was hier drauf ist. Aber ansonsten ist es ein wirklich unter... Ja, es ist ein mittelmäßiger Film, ne? So, den man sich anschauen kann. Mit ein paar Freunden, ein Bierchen. Aber das war es auch dann gewesen. Also, weißt du nicht für mich, wo ich hier sagen muss, es war jetzt eine Überraschung. So wie bei The First King. Da könnt ihr doch mal gerne reinschauen in die Review. Ansonsten könnt ihr noch bis zum 29.11.2019 warten. Dann kommt er nämlich in den Handel. Und dann könnt ihr vielleicht mal sagen, ob ich den richtig liege oder falsch liege. Auf jeden Fall, das war ein Review zu abgerissen. Der mir, wie gesagt, mittelmäßig gefallen hat. Eine, wie gesagt, eine 4,5 von 10 gebe ich diesen Film. Wenn ihr weitere Reviews gucken wollt, dann guckt natürlich gerne nochmal an älteren Videos vorbei. Oder natürlich abonniert nicht, um nichts mehr zu verpassen. Und dann lasst du gerne ein Like da, wenn euch auch diese Review gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns. Bis dann und ciao und bam! Bis dann!